Hallo YouTube und Willkommen zu einer weiteren Folge von Prime Simulator Crazy Formal. Ja, ich setz mich mal ein bisschen besser hin. Und das EU ist gerade beschäftigt unsere Felder ganz gut zu kalken. Wer hat der über meine Aufhängung rüber? Herr Dinkelmann, hauen Sie nicht ab! Wieso? Was los? Können wir hier schon kalken oder muss ich noch warten bis der Stroh runter ist? Ich wollte nur noch die letzte Bahn nebenauf sammeln, das kriege ich mit und dann kannst du hier anfangen. Okay, weil die anderen Felder sind schon fertig. Das ist super. Das hier wäre das letzte Feld dann. Und wie lange brauchen Sie noch den Cerrion? Wenn Sie hier gekalkt haben, wollte ich hier über dieses Feld noch einmal drüber düsen. Ja, okay. Dann bin ich fertig damit. Ja, dann komme ich später vorbei und rolle ihn ab. Ja, wunderbar. Dann bin ich später. 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 Immer von der Seite an meinen Hof vorbei. Immer und immer wir. so dann rein damit und es ist nämlich damit auch durch mit strohbergung durch hier so jetzt zum feld eben die ernte abholen oder das ist erstmal nicht so wichtig wie wäre es denn nicht einfach noch erstmal säe im moment ist gerade wirklich viel 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 feldarbeit na da sie sehmaschina so Jetzt aber schnell. Oh man. So haben wir das Vorgewinde gezogen. User was moved to your channel. Sie haben gut gearbeitet. Mein polnischer Arbeiter ist begereister. Er kann genau sehen wo er jetzt gearbeitet hat. Das heißt er kann keine Ausreden mehr haben. Der hat was ausgelassen. Richtig. Und so können sie genau nachkontrollieren ob der irgendwo was nicht gerät hat. Richtig. Das sieht dann wunderbar aus. Machen sie die Rechnung gleich fertig. Können sie mir ja dann geben wenn sie den Cereon abholen. Wegen ich düster jetzt und das hält. Können sie den gleich auch abholen. Okay. Dann können wir ja zusammen im Lauf. Ich muss den Tag auch abholen. Das steht auch noch da. Das ist ja super. Haben sie doch eine Mühle hier sehe ich gerade. Ja so eine alte Mühle. Aber die ist nur noch ein Dekoobjekt. Ach so. Also es ist mittlerweile zu alt dafür. Damit es nur noch vernünftig malen könnte. Mhm. Aber hier euer Güllefass. Der hat ja eine Spannweite. Das ist ja der Wahnsinn. Das geht auch schnell ne. Oh ja. Das geht rückzuck. Ja. Sehr gut. Dann komme ich mal. Ich denke mal ich komme morgen vorbei und hole den danach. Und dann bringe ich die Rechnung gleich mit. Und das klingt gut. Aber irgendwann müssen wir auch mal schlafen ne. Ja. Okay. Dann sage ich mal bis morgen. Bis morgen. User left your channel. Ich muss gleich, dass wir die TS-Sounds richtig alle ausmachen. So. Boah. Ist das ein Riesenteil, alter. Also. So. 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 Die Spannweite ist ja überübel. Jetzt schon einlenken, damit wir die Spur hier kriegen. Ja, da kriegen wir den letzten Fizzle hier auch noch eben. So kriegen wir das halt noch eben fertig. Viel zu groß das Ding. Kleine Felder und so ein Riesenteil, Alter. We're breaking down. We're breaking down. We're breaking down. We're breaking down. Das ist ein riesen Teil. 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 So. So. Schade. Das ist ein riesen Teil. Ja. Das ist ein riesen Teil. No, no, no. Das ist ein riesen Teil. Das ist ein riesen Teil. Das ist ein riesen Teil. So. Oh, da fängt sich ja schon was an zu wachsen. Das ist ja schön. Das ist ein riesen Teil. Das ist ein riesen Teil. Oh. Das ist ein riesen Teil. Das ist ein riesen Teil. der dort auch schon mal sein das auch ein bisschen lack abgeplatzt ja hier geht das alle noch fast neue jährer so ab und steil mit dir so aus steht sauber in schuppen ist das dunkel wird langsam dunkel meine freunde aber hier meine polen schon arbeitet du hast nicht richtig gearbeitet da ist noch was freu es ist einfach nur herrlich sojabohnen ne oh der Baum hat mich zurückgeschopst hmm boah das war ja knapp so ein dünger wir kommen hier mit dem dünger komme ich aber wo jetzt ewig hin so 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 einmal im vorgewände so aber liebe freunde das war es dann auch mit dieser folge wegen wir sehen uns dann am nächsten morgen wieder ich mache noch das feld eben noch fertig ja ja und dann sehen wir uns auch am nächsten tag nicht vergessen lasst doch ein like lasst doch ein abo da wenn es euch gefallen hat wenn ihr noch kein abonnent seid lasst also da würde ich mich sehr drüber freuen wegen ja es ist einfach nur so schön zu sehen ab und zu meine statistiken wenn man halt sieht dass halt die videos geklickt werden oder wenn es ein like da ist da freut man sich immer besonders gerne könnt auch gerne mal einen kommentar da lassen das wäre könnt ihr ja auch mal gerne machen würde mich ja auch nicht unbedingt gerade stören ne meine Freunde also like nicht vergessen und wieder einschalten bis dann tschau euer Prost